Schönen guten Tag, der Herr. Ich bin hier der neue Kiosk-Dealer heute. Okay, gut, alles klar. Hallöchen, ihr Lieben. Ja, wir befinden uns heute im schönen Beutelsbach bei Weinstadt. Und ja, wie ihr seht, bin ich hier nicht alleine, sondern mit meinem Local Kiosk-Dealer-Wagen unterwegs. Denn hinter mir ist nicht nur irgendein Gebäude, sondern ein seit Jahren leer stehendes Kiosk direkt am Bahnhof. Deswegen kommen wir heute ins Spiel. Ich stelle mich hier hin und frage die Leute doch mal, ob sie gerne was hätten oder ob ich denen einfach mal was Gutes tun kann. Hallöchen, darf es für Sie vielleicht ein Gutzel sein? Gar nichts? Wollen Sie nichts? Guter Mann, Sie sehen durstig aus. Bisschen Schokolade vor der Arbeit. Ich bin der neue Kiosk-Dealer hier. Ich kriege die ganze Zeit nur Abfuhren von Frauen. Ich versuche es nochmal. So, mein Lieber, willst du hier ein Mars oder eine Banane? Greif zu. So ein Lolli hier. Nehmen Sie sich. Wollen Sie zwei haben? Ja, für die Frau zu Hause. Komm, schnell. Lass du trinken. Lass du trinken umsonst. Ja, bitte. Also, du darfst dir was aussuchen. Was magst du haben? Willst du was zu trinken? Was sagen Sie denn dazu, dass hier kein Kiosk drin ist? Finden Sie das gut? Ne, ich finde das nicht gut. Coffee to go wäre gut. Und hier Snacks. Keine Ahnung, Zeitschrift, was man so machen. Kaffee. Kaffee. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich meine, am Bahnhof ist man ja auch immer noch eigentlich relativ kurz. Zwei Stunden waren wir jetzt hier in Beutelsbach in Weinstadt vor dem Kiosk direkt am Bahnhof. Es lief so lala. Also, ich habe ein paar Bananen, bin ich losgeworden, ein paar Getränke und Lollis. Von daher, wer Lust drauf hat, hier in Beutelsbach am Bahnhof diesen Kiosk zu besetzen und das zu seinem eigenen Baby zu machen, meldet euch bei uns oder direkt bei der Stadt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich glaube, jeder einzelne Bürger, der hier morgens und abends am Bahnhof ist, auch. Also, bis dahin, euer Gotti. Schönen Tag. Tschüss. High Five. Ja. 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 Super. Süß. Uppel. Süß. Uppel.